So, Teil 2 1, willkommen zurück zu Farmmanager 2018. Wir sind gerade in der Weinernte, deshalb kommt auch unser Vollerntor hier zum Einsatz. Ich lasse auch nicht langsamer laufen, bevor wir besser verfolgen. Ich glaube, der muss noch mal Syrah abernten. Hier, der fährt einfach so über die... Ah, gleich seht ihr das hier. Einfach so links und rechts über die Pflanze drüber. Dann werden die Trauben abgezupfelt. Gezuppelt. Und dann geht es hier hinten auf den Traktor drauf. Joa. So läuft das dann. Ähm... Finto... Merlos... Sioro... Blank... Dingsbums... So, der noch rein und dann kann hier hinten... ...gemacht werden. Da kann ich das Gebäude dann auch anwerfen, dass sie in die Weinproduktion gehen. Gut, dadurch brauche ich echt... Oh... Fast keine Arbeiter mehr, bei der Ernte hier zumindest vom Wein. Weil der F... Weil der F... Vollernter ist schon... ...sehr nett. Gott, jetzt fährt er jetzt nicht hier hinter zum... Naja... Ich warte Personal. Ich habe trotzdem 28 Angestellte. Die sich langweilen. So, der dreht jetzt um, bringt das wahrscheinlich hier ins Lager. Den Wein... Verkaufen wir mal. ... ... Weil die... Die paar Dinger... Das lohnt sich nicht... Äh... ... 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 Jetzt müsste es im Lager sein. Syrah. Syrah, Merlot und saure Dingsbums hinzufügen. Saure Dingsbums hinzufügen. Merlot hinzufügen. Syrah. Lager? Nein. Etikett wählen kann man auch noch. Hätte ich gerne dieses. Und starten wir mal. Syrah, Merlot. Okay. So, die Produktion geht ja nahezu komplett hier in den Keller. Größe des Gebäudes. Knapp 7.000 Flaschen haben wir jetzt drin. 5.003 Jahre alter, 5.002 Jahre alter. Schade, nee. Gut, wir sind noch im August. Ja, machen wir mal Tempo. Denn ich glaube als Wette mit Nachbarn... Nein, das baue ich jetzt nicht an. Meine Fresse. So, Tiernahrung. Was wird denn hier endlich? Gras. Ich muss Gras hauen. Achso, jetzt haben die Ziegen wieder Futter bekommen. Sehr gut. Ah, 15 Arbeiter langweilen sich. So, im Lager ist echt noch nicht so viel. Ernte, automatisch arbeiten. Hier hinten ist auch Ernte, Himbeeren. Automatisch arbeiten. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, die sind ja mal echt flink. Wow. Seid ihr schon fertig? Okay. Ja, guck ich mal. Verwässerungssystem. Gras, Mais, Weizen. Erdbeeren. Okay, mal gucken, was wir für Himbeeren bekommen. Himbeeren müssen ja bei mir auch im Autohandel mittlerweile sein. Himbeeren müssen ja bei mir auch im Autohandel mittlerweile sein. Und dann aber nicht schlimm. Himbeeren. Ja, Autohandel. Dreizehn. Ok. Da, da, so. Okay. Dann machen wir mal wieder ein bisschen schneller. So, schöner Blickwinkel. Das hat Geld gebracht. Eventuell wurden gerade meine Himbeeren verkauft. Himbeeren 5000. Erdbeeren 23. Insekten auf dem Feld. Was? Auswählen. Insekten. Arbeiten. So, hier bitte Ernte machen. Arbeiten. Tomaten. So, ich hoffe es wird dauern noch ein bisschen. Geerntet. 36 Tomaten. Äh, 360 Tomaten. Ich, ähm, zieh mal den Weg hier noch hinter. Und guck mal, ob ich noch ein größeres Feld anlegen kann. Okay, probieren wir es mal. Von hier hinten. 50 mal 50. Zack. Ach Gott, jetzt habe ich auch noch den Erfolg bekommen. Na gut. So, erstmal hier Ernte. Mit Maschine. Ja. So, hier hinten. Auch Ernte. Arbeiten. Paprika. Birnen. Birnen. Hmm. Hab ich noch einen Arbeiter, der ist zu wenig für die Birnen. Da. Da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Kürbis, ja. Ich glaube, ich mache hier hinten mal komplett nur Himbeeren hin. Erdbeeren geerntet, sehr schön. Pflügen mit Maschine, Traktor, das, automatisch arbeiten. So, ihr geht mal hier in die Ernte, automatisch arbeiten. So, hier, Ernte, automatisch arbeiten. Birnen geerntet, okay. Hier, Kultivieren mit Maschine, zack, Grupper, automatisch vervollständigen Arbeiten. Okay, ähm, Privi-Dingsbums, den verkaufen wir mal direkt. Verkaufen. So, langsam sollte doch mal mein, mein zweijähriger Wein fertig werden. Muss ich den hier irgendwie selbstständig rausnehmen? Zu verlagern. Wieso verlagern, was heißt das? Jetzt müsst ihr doch das Spiel automatisch erkennen, oder? Hier. So. Machen wir noch Dünger drauf. Mist. Mit Maschine. Miststreuer. Automatisch vervollständigen Arbeiten. Hoffentlich haben wir genug Mist, aber ich denke schon. Da, da, da. Ach ja. Ja. Jawoll. Hier hinten fliegt der Mist. Gucken wir mal, was haben wir für die Paprika 12.000. Ähm... Hm, 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 hm. Standhaltung der Welter. Himbeeren, okay. Ich habe eine Himbeeren... Langjährige Pflanze, jawoll. Bodenqualität lässt noch nicht nach. Alles gut. Ach so. Im Beregnungssystem für 25.000 gönnen wir uns auch. Da, da, da. So. Ist der jetzt fertig hier mit dem Feld? Gefruchtbarkeit? Joa. Okay, dann. Dann warten wir mal noch, dass wir Himbeerpflanzen kaufen können. So, na. Wie sieht's aus? Wie viele Himbeerpflanzen werde ich hier brauchen? Auswählen. Suche. Himbeer. 1500 Stück verkaufen wir. Himbeerstrauch. 31.000 haben wir bezahlt. Und wo haben wir Himbeeren mal verkauft? 5000. Okay. So. Dann beschleunigen wir mal. Ah, schaut mal hier. Es sind ein klein wenig grün hier. Der Stelle. Also die ersten Flaschen sind schon zwei Jahre alt. Gereift. Himbeerstraucher müssten jetzt fast angekommen sein. Wie sieht's hier aus im Lager? 15. Okay, da haben wir noch knapp einen Monat Zeit. Dann beende ich hier erstmal wieder die Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.